Heute klären wir endlich die Frage, die immer wieder zu Stress mit Nachbarn führt. Staubsaugen am Sonntag, darf ich das? Staubsaugen ist generell nicht verboten. Der Staubsauger ist so ziemlich das Standard-Haushaltsgerät und darf natürlich immer in der Wohnung genutzt werden, auch sonntags. Haken an der Sache, ist der Staubsauger zu laut, können sich die Nachbarn durchaus wegen einer Ruhestörung beschweren. Denn zu einer Ruhestörung gehört alles, was die normale Zimmerlautstärke überschreitet. Saugt eure Wohnung am besten an jedem anderen Tag, nicht am Sonntag oder lasst es einfach.